Nach langer Zeit habe ich mal wieder was bestellt. Das sind, äh, ich muss kurz meine Playstation aktualisieren. Yorkie Man-Size-Buttons von Nestle. Die gibt es natürlich nicht in Deutschland. Ich fülle sie auch gar nicht auf. Was ist es denn? Giant Milk-Chocolate-Buttons, also Schokoladen-Buttons. So sehen sie aus. Ups, da, mein Handy ist auch schon wieder runtergefallen. Es sind einfach nur Schokoladen-Butten. Aber sie schmecken, schmecken wirklich gut. Ja, es ist halt einfach Schokolade. In Backenform. Aber, ich weiß auch jetzt nichts Vergleichbares, äh, was in Deutschland so schmeckt. Die schmecken wirklich gut. Die waren bei Lebensmittel-Sonderposten glaube ich im Angebot, weil das Haltbarkeitsdatum halt nur noch bis Anfang des Jahres ist. Aber die sind wirklich auf jeden Fall lecker. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Das ist schon mal.